Und damit herzlich willkommen zu Welt 4. Ja, es ist eine Winterlandschaft. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu My Super Mario Bros. vom guten Böhm Gengar. Oh, 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 oh. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Oh, mir wird es gleich frostig kühl, muss ich ja mal sagen. Aber es ist angenehm, es ist angenehm, ihr Lieben, denn ich nehme dieses ganze Ding hier Ende Juli auf. Und wir haben drei Temperaturen weit über der 30 Grad. Nicht, dass ich mir jetzt darüber beschwere, es ist Sommer, ja. Also man muss halt das nehmen, was man kriegt. Die will ich aber schon haben. Oh, Mann. Wurde ich mal eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Nur hier auf diesen Blöcken. Das ist gemeeneisig. Ach, es ist schön. Schön, wenn man wieder mal kurz von Ziel abstürzt. Ich kriege ja einen dicken Hals hier. Na gut, macht ja nichts. So. Jetzt aber haben wir es endlich geschafft. Tja. Schön. 4, 2, ihr Lieben. Oh, das ist dunkel. Ja, im Winter wird es ja auch früher dunkel. Und später hell. Ah, die hätte ich schon ganz gerne das Böhmchen. Aber es ist immer ein Risiko, ne? So. Jetzt ist hier wirklich alles glatt. Klar, nachts ist es natürlich auch kälter. Und ihr seid mir ordentlich Speed geben. Zweiter Abschnitt, würde ich mal sagen. Einfach schön. Gibt es hier Rollen, wo man einen kann, nö, ne? Egal. Bin ich nochmal gegen den Zapfen gekommen. Aber das war schon 2, 4, 2. Level 4, 3 und der Winterspaß geht weiter. Pilz, Pilz, Pilz. Dankeschön. Oh, wie geil. Die Schwimm, 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 Schwimm. Macht ein Fisch ist tot. Will ich so wahnsinnig, dann tun wir all die ganzen Münzen. Ah. 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 Wie viele Münzen. Das ist bares Geld. Ah. Ein Pilzkönigreich kann man sich von dem ganzen Haufen... Ein leckeres Pilz-Sauflé kaufen. Geht aber schlecht. Ach komm, weiter geht's hier. Wir wollen ja was vom Level sehen und nicht von den Münzen. Wirk mit dem Blümchen. Okay, das ist ein bisschen knapp. Ey. Ich würde jetzt hier nicht in dieser blöden Feuerland zu sterben, oder? Das kommt ja nicht in die Tüte. Schon gar nicht in die Supermarkt-Tüte. So. Das ist schon clever. Schnell in die Ecke. Da ist ein Checkpoint. Das ist schön. Das freut mir. Nein. Die bleiben da, wo sie sind. So. Wurst. Wurst ist Wurst. Ich esse gerne Wurst. Generell bin ich Fleisch nicht abgeneigt. Aber gut. Eben seins. Aber man soll es natürlich auch mehr Gemüse und Obst essen. Gerade jetzt im Sommer. Viel Obst essen. Keine Schokolade. Ach komm. Du bist ja nur ein dezenter Haufen. Cheap Cheaps. Das ist echt ein Eismeer. Schaffen wir noch ein Timeout? Nein. Also das denke ich nun wirklich nicht. Schupsi wups. Na da haben wir es doch schon wieder. Und wie gehabt ist viel, viel natürlich wieder ein Castle. Der hält sich da ganz an den Klassiker. Oh Gott, was tue ich mir da an? Eine. Ach du Scheiße. Eine Knochenbahn aus Eiswürf. Ja klar. Geht's noch mieser? So, unbedingt den Schalter switchen. Sonst kommen wir hier nämlich nicht raus. So. Hä? Welcher Weg ist weniger gefährlich? Gut, unten gäb's das dickere Geld. Komm jetzt machen wir Baus auch mal so kalt hier. Äh, ciao. War aber nix. Ja, das war's ja noch schon wieder. Mit einer kompletten Welt. 4-4 ist abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst den guten Böhmgänger doch einen verlorenen Kommentar da. Und natürlich ein Abo. Na, wie gesagt, er streamt auf Twitch. Und macht hier auf YouTube auch Videos. Und dasselbe geht für mich. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Abo wäre schön. Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Euer Retrobasti. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.